Norddeutscher Rundfunk Ja, das sagen wir schon. Was? Ja, das ist gerade drei Stunden her. Was? Das ist gerade drei Stunden her. Ja. 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 Der Haukern an. Und der Haukern auf andere Schuhe. Und der Haukern auf andere Schuhe. Und der Mäcke. Bei der Fankern auf andere Schuhe. Die Haukern treibt. Und hier unten in mir. Ja, ich bin das Heide, ich bin das Heide, ja. Auf der Gegend kommt der Bauernhof und geht's. Nichts, aber war das nicht. Bessie ist die Schade. Ich bin das Heide, ich bin das Heide, ich bin das Heide. Fahr zurück. Webster für planning. Auf der Aus beatet jen. Sieängen zeraaaaa herum. Die Schade. Duliger. Ah, blassen! Spannenden zer... Bei den Heißbäldern Das war eine schöne Zeit Ja Das war damals besser als heute Jede Zeit hatte er vor der Tür gelegt Ich glaube, früher war niemals gut im Netz Und immer alles anders Kommt auch an, wie man sich hebt Aber wie tolerant man ist 10 Minuten Und die Straßen haben wir in dieser Raum Dann auch eine Weile für 20 Minuten Aber öfter schaden sollte Wir haben uns da schon mal gesehen Wir haben uns hier draußen Wir haben wir hier draußen Ja Ich habe noch nicht Hier Ich habe noch nicht Und sie fahren Ich habe noch nicht Ich habe noch nicht Ich habe noch nicht Wir haben hier einen Schattenhaus. Keine Waffe. Da hat er. Das ist da nicht im Schattenhaus. Oh. so das macht die Hand das macht die Hals ja ich werde das noch mal wieder spüren Ich bin vorreißen. Ich bin vorreißen. Ich bin vorreißen. Da fängt die Musik an. Da kann viele Musik sein. Ich bin in meiner Musik nicht in der Bahnwesen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh mein Gott, das ist die Ruhe. Ja, wir halten. Oh mein Gott. Hier ist ein Gravier. Ich glaube, wir machen das nicht mehr. Ich bin nicht mehr so. Wir haben jetzt mal den Anschlussgabplatz. Hm? Wir sollen jetzt mal den Freibadspulitz weg einschalten. Jo. Ja. Ich war, dass er so ne Bahn ruhig wird, glaube ich. Sie ist O-Zu da. Alles, was sie mir kam schlafen. Du gibst, ganz' sch'arbeit natürlich, ja. Alles hat alles recht, wenn ich, du ja. Ja, gab schon kriminelle Alexandiere da. Ich dachte, hier gab es schon Kriminalität. Muss auch nicht sein. Das war echt nie so. Aber abends gibt es das immer wieder. Gestern, vorgestern, hat Schläger reingediebt mit einer Frau. Da kam einer und der hat besoffen einen und hat auf den Kopf gehauen. Der musste mal bis gerade so fünf Minuten lang halten, da wurde der Schläger rausgeholt. Der ist festgegangen. Der rein ist auch noch. Auch gut, so, oder? Denkste an in die Schlägertypen. Die Brunnenstraße. Die Brunnenstraße. Die Brunnenstraße. Die Brunnenstraße. Die Schrauben sind in der Hand geholfen. Die Schrauben sind in der Hand geholfen. Und alle auf. Was ist denn da? Ja, alles anders. 2 4 7 12 3 3 4 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der ist bestimmt umgekackt, der sagt sich da, und der ist halt umgekackt. Der ist bestimmt umgekackt. Der ist bestimmt umgekackt. Der ist bestimmt umgekackt. Der ist bestimmt umgekackt. Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Oktober Central Station Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020